Das Migronable aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF Bidolüt. Eine Sommersaison auf den Hütten hier oben. In den Flumser Bergen, Kanton St. Gallen. Mit Blick auf die Churfürsten. Im Val Bavona, in Tessin. Und auf der Glattalp, im Muatatal, Kanton Schweiz. SRF Bidolüt taucht ein in den Alltag der Hüttenwerte und ist zu Gast auf der Glattalp-Hütte bei Franziska Gwerder. Sie ist Alpabzug. Der Sommer vorbei, für die Hüttenwartin und Bauerntochter Franziska Action pur. Es ist schwierig, sie kommen relativ schnell. Sie wollen immer eher runterlaufen. Das Gaststau auf der Cappana Basodino im Val Bavona ob Locarno, beim Olli Nifenecker. Der Ex-Manager mit vielen Ideen und viel Herzblut kriegt zu spüren, dass seine Sektion nicht voll interim steht. Gegenwärtig bin ich müde. Nicht vom Schaffen. Einfach mehr von der Stimmung. Das Gaststau auf der Spitzmeilenhütte in den Flumserbergen. Bei Anna-Barbara Kaiser und Paul Buchmann. Nach vier Jahren Hüttenwart hören sie auf. Eine neue Aufgabe an einem anderen Ort wartet auf die beiden. Es ist jetzt gerade schon ein bisschen Wehmut. Es ist noch so eine fantastische Stimmung. Drei Hütten, drei Geschichten. Das ist SRF bei den Leuten Hüttengeschichten. Die Glatte Alp. Anfang September. Die Hütte ist noch offen. Aber es gibt klare Anzeichen, dass jetzt die Saison bald vorbei ist. Und dann, wenn sich die Bauernfamilie Gwerder von der Alpabzug bei Franziska in der Hütte trifft. Die Bauern. Was gibt es? Wer siehst? In Gwerders haben die Alp gerade neben der Essenzehütte. Die Berge sind schon ein bisschen angezuckert. Einen Sommer lang haben sie quasi Tür und Tür gearbeitet. Wir gehen auch weiter. Für mich ist es einfach wirklich so der Anfang des Herbst. So, die Rinder zu holen. Einer der schönsten Tage. Und um zu helfen, Daddy und meinem Bruder. So, dass die Rinder gut runterkriegen. Wie jedes Jahr gehen alle Bauern und Hirten zusammen runter und helfen sich gegenseitig. Der erste Knackpunkt. Die Rinder auf dieser Weiten hoch eben überhaupt zu finden. Sech. Da kannst du es finden. Da kannst du es nicht sehen. Nein, man sieht gar nichts von der Nähe. Wändchen sehen wir. Wo? Da unten? Dort. Sie sind alle ein bisschen eher, der Karrer aussen. Jetzt hier, wenn wir schnell schauen, wo es ungefähr sind, dass man nachher sagen kann, du musst dort raus in die Karrer holen. Und da hinten sind auch noch Rinder und jetzt sieht man gerade, sie sind sehr verteilt und weit draussen. Also haben wir Leute ein bisschen länger. Also teilt man sich auf. Die einen hier. Die anderen dort. Und treibt so die Rinder alle an einem Ort zusammen. Das ist gar nicht so einfach. Sie wollen nicht immer folgen. Denen Viechern gefällt es verdammt auf der Alp. Das ist schwierig, sie kommen relativ schnell und sie wollen immer eher runterlaufen. Und wir haben sie letztendlich ein bisschen weiter oben hoch gemacht, damit sie eher hier oben bleiben. Weil Sabi hat das Schlechteste, wenn sie uns vergumpelt. Dann müssen wir alle noch mal holen und wieder von vorne anfangen. Aber wir hoffen, sie kommen jetzt schön am Daddy nach. Und dann müssen wir die Karrer holen und die Karrer holen und die Karrer holen. Der Daddy, der Vater von Franziska, ist klar der Chef auf dem Platz. In seiner Nähe traut sich Kai Cools, der Reihe zu tanzen. Papa, ich komme. Als erstes treiben sie alle zusammentreiben. Immer schön eins nach dem anderen. Das Jahr, Karin, geht verloren. In Richtung abwärts geht es dann morgen. Für heute ist der Einsatz für heute Crew als Cowboys und Girls vorbei. Jetzt haben sie mich voll gehungert. Jetzt merkte ich langsam ... Ich lasse wirklich nach. Ich bin froh, dass wir etwas essen konnten. Ich hatte total Hunger. Jetzt merkte man, dass es etwas in die Müdigkeit kommt. Ich bin froh, dass die Franziska das Wort müde überhaupt kennt. Morgen geht es mit dem Daddy weiter. Dann müssen die Rinder bis auf die untere Alp runtergehen. In den Fluserbergen hat es schon ein wenig geschneit. Ich drücke jetzt nach oben. Ich habe auch einen schönen Tag. Aber sie sind noch nicht so. Ich bin froh. Und ich habe gerade gesagt, ich habe einen schönen Tag. Das war ja auch ein bisschen. Wir sind schon nach dem Mittag wieder da. Ich habe jetzt noch ein bisschen geschneit. Ich habe einen schönen Tag. Anna-Barbara und Paul packen die Gelegenheit beim Schopf und seilen sich vor einem halben Tag vor Hütten ab. So? Es läuft im Moment gerade nicht so viel. Am liebsten gehen sie ins Berg. Dafür hatten sie die letzten vier Jahre viel zu wenig Zeit. Hast du letztes Jahr, wo alles so viel Essen war? Noch einmal auf den Spitzmeilen, 2'500 m hoch. Es ist ihre letzte Saison in den Flumserbergen. Schon bald gehen sie zurück ins Nidwaldische, wo Anna-Barbara herkommt. Dort übernehmen sie ein Pilger aus. Ich merke, dass das Loslassen dieser Landschaft, dieser Natur hier oben, da ist ein Wehmut, um das zu verlassen. Es ist gebaert mit der Hoffnung, dass wir am Nienort etwas mehr dazu kommen, mit uns zu gehen. Und wieder mehr dazu kommen mit wirklich ... ... in der Natur zu sein, ein wenig zu berg zu gehen, unterwegs zu sein. Da möchte ich mir gleich einhängen, mehr zu berg zu gehen. Ich freue mich nämlich schon, wenn ich als Gast hier oben bin. Als Gast und kann dort auf der Terrasse sitzen und sagen, Bedienung! Bier! Es ist selbstbedienbar. Ah, okay. Auf das freue ich mich noch. Nicht mehr müssen, hier unten zu werten, in der Zeit zu arbeiten, zu kippeln, sondern sagen, wir sind Gäste, wir können gehen. Paul war früher ein Trekkingleiter und kennt sich aus im Gebirge. Er selber hat an diesen heiklen, stillen Seilen und Ketten eingebaut. Aber ist es schon noch gut, dass wir hier eine Kette drinnen ... Ja, wir können halten. Ja. Schau, wie schön. Hi, Frau. Oh, weiss. Liebste. So schön. Einfach immer wieder schön. Wunderbar. Und jetzt die Farbe. Mit Nebeln und allem. Super. Hey, und keine Menschen unterwegs. Kühe unten, Schöfe unten, Geissen unten. Nur noch wir da. Wunderbar. Ein Panorama zum Geniessen und Reinsaugen. Das ist so schön. Der ganz obere Gipsgerade. Das ist ... Hey, das Bischo. Laufen wir gerade los, Paul? Schon? Ja. Ah, ja, genau. Ah, loslaufen. Das ist fassig. Gut, kommen wir mit. Noch ein kleines Moment. Dann geht es schon wieder zurück auf die Hütte. Die ist noch bis Ende Oktober offen, sofern das Wetter mitmacht. Ab November sind die beiden dann schon am neuen Ort. Hallo, wir sind wieder da. Die Freizeit ist vorbei. Jetzt müssen sie vor allem eins. Die Hüttenübergabe sauber vorbereiten. Die Nachfolgerin hat sich für einen Besuch angemeldet. Von St. Galler Oberland ins Dessin auf die Cappana Basodino. Späten Nachmittag. Mit der Seilbahn von St. Carlo und einem Ufer kommen ganz spezielle Hüttengäste. Die Hüttengäste hat sich für einen Sozialeinsatz bei Ueli gemeldet. Wir müssen jetzt einfach hier die Kurve machen und dann links und die erste Strasse rechts runter. Der Hüttenwart vor einmal als Gepäcktransportler. Sonst braucht er sein Privatauto zum Lebensmittel der Bahn zur Hütten zu fugen. Freut mich, dass ihr da seid jetzt nach dem Mittenweg. Die Basodino-Hütte liegt nur gerade einen knappen Kilometer unter der Bahnstation. Sonders streng fährt es für die Helfer nicht gerade an. Aber das kommt dann schon noch anders. Jetzt zuerst einmal angekommen und einpuffen. Der erste Eindruck ist sehr gut von diesen Jungs. Ich hatte schon andere Freiwillige, die den Eindruck nicht so gut waren. Aber er ist jetzt tiptop. Der Ueli hat für die 16-jährigen Burschen an Wehrschaften in der Nacht gekocht. Sie dürft doch hier servieren, so müde sie sind. Ah, meinst du? Gemüse gebe ich nicht so viel, weil dafür auch drücken kann. Energietanken für den Ohren. Es wird streng und könnte ein oder andere Blätter an den Finger geben. Am nächsten Morgen könnte es nicht besser sein, um von draussen zu arbeiten. Rund um die Hütte ist man gespannt, wie sich die Teenager schlönen. Musik Die Gymischüler sind schon zweieinhalb Stunden unterwegs und kommen jetzt zu dem Stück Wanderweg, den sie ausbessern müssen, oberhalb des Lago Cavagnus. Von der Gruppe möchte ich heute schauen, ob sie mitkommen, ob sie dann relativ schwer weglaufen können, ob sie im schwierigen Gelände arbeiten können und ob wir die Schwierigkeiten, die drinnen sind, in diesem Gelände vereinfachen können. Zusammenbleiben! Pickel. Also, ihr habt jetzt Schwierigkeiten von diesem Weg gesehen. Darum machen wir jetzt das Teil, dass das besser zugänglich ist. Das werden wir heute machen. Das sollten wir heute herbringen, sagen wir es so. Und nie übereinander arbeiten, immer nebeneinander. Ueli würde gerne diesen Weg als Rundwanderung für seine heutigen Gäste empfehlen können. Aber es ist kein offizieller Weg. Ein paar Stellen sind recht ausgesetzt. Und nur für Leute, die absolut trittsicher sind. Um die schwierigsten Stellen zu entschärfen, krüppeln die Gymischüler wie die Wilden. Und ihren Lehrer nicht minder. Sozialeinsatz auf 2700 m. Das ist schon gut. Dann ist es so, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, das ist so. Noch besser, als wir es vorgestellt haben. Schon? Ja, tipptopp. Wunderbar. Es ging vorwärts, aber dann noch nie. Nein, nein, es ging gut. Es ging gut. Silke, die Stellvertreterin von Ueli, hat für die hochalpine Arbeitskolonne eine Zviere bereit gemacht. Ja, es ging gut. Schau, wie viel? Unsere Teller, unsere letzten Teller. Nein, es ist sehr, ich bin es konstruiert. Wegen solch Tagen wie heute will Ueli nie mehr zurück in seinen früheren Job als Manager. Das Zusammenarbeiten auf der Hütte ist kein Vergleich zum früheren Stress. Wir hatten ein tiptops Team. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Das war flott. Wir haben häufig gesungen in der Küche usw. Was will man mehr? Noch zwei Wochen ist die Capanna Basodi noch offen. Im Winter kommt Ueli nur noch auf, wenn sich die Gruppen anmelden. Aber zuerst muss er zu seinen anderen Hütten. Drei Täler weiter, zur Capanna Alsaska. Für die Hüttenschliessung hat er dort mit den Leuten der SAC-Sektion abgemacht. Das ist eine Kaputze, Überzeugung. Morgen am 6 Uhr. Auf der Glattalp hat das Wetter gekehrt. Nicht gerade angenehm für einen Alpabzug. Die Rinder sind in der Zwischenzeit alle zusammengetrieben. Heute kommt die zweite Etappe. Aber auf die untere Alp. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Du, alles. Auf und auf. Ja, China. Hä? Meita? Du musst heute eine gute Seite sein, gell? Auf und angelegt ist auch die Mutter Gwerder. Mit dem Familienquad kommt sie für selber anher anzufräsen. Sie übernimmt oben und rundherum. Die anderen gehen mit der Tierdose. In der Natur ab. Hoi! Danke, Franziska. Ist ja gut. Wir haben einen Klopftisch. Ist ja gut. Ei, ei, ei. Super, super. Hast du alles? Ja. Gut. Gut. Also, gehen Sie Tick-Tuck. C'est la nuque. Willst du wohl alle haben? Und dann ist nur noch Steil dran. Das nasse und neblige Wetter macht den Steilweg nicht ganz ungefährlich. Ich hoffe, sie haben es alle gefunden. Aber wir wissen jetzt nicht, ob alle es sind. Sie sehen in der ersten Stunde, ob es alle wegen des Nebels gefunden haben. Wir sehen in der ersten Stunde. Bis zur unteren Alb läuft alles gut. Hey, hallo! Später muss Franziska noch die Rösser holen. Aber zuerst einmal die Werbung. Ich muss jetzt keine Wasser drüber tun. Ist mir auch dieses Kackeli geil. Komm mal in die Werbung. Das Jahr war wieder sehr hektisch. Einfach weil es wahrscheinlich schlechtes Wetter war. Und alle hatten das Loch runter. Wir mussten schauen, dass wir nicht runterkommen, weil alle etwas aufeinander oben waren. Aber es sind alle so weit, wie ich es sehe, sind alle gut runtergekommen. Ja. skiingt mit einem Meer land auf. Ja. 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 Jetzt gehen wir hier ab. Jetzt gehen wir schön laufen. Komm, du. Wir müssen schauen. Milch belaben. Ja, komm. Ich mag es eigentlich nicht, dass es jetzt wieder fertig ist. Das Beläbte auf unserer Alpen, die Dreichel und alles. Es ist einfach wie tot. Die ersten Wochen habe ich wirklich Mühe mit dem. Dass es so tot ist. Ich bin aber froh, dass ich noch länger hier von meinem Hütte bleibe. Dass ich quasi die Letzte bin, die von oben heruntergeht. Man sieht es nachher wieder positiv. Juhu! Die Hütte ist in der Nähe von der Alps-Azsca. Die Hütte gehört auch zur SAC-Sektion d'Occarno. Der Ueli ist nicht Hüttenwarte, aber so eine Art Götti. Als ehemaliger Wirtschaftsboss ist ihm wichtig, dass eine Hütte rentiert. Hier auf der Alps-Azsca-Hütte hat es dieses Jahr recht gut ausgesehen. Die Hütte auf der Basodino nicht so. Im Sommer ist es so, dass sie 6,5 % weniger Übernachtungen haben. Aber der Umsatz ist gleich wie im letzten Jahr. Also von daher habe ich diese Steigerungen nicht erreicht. Wir hatten z.B. im September einen Regentag, wo wir so viel Mittagessen verkauft haben wie nie im Sommer. Das war das schönste Wetter. Es sind häufig immer Zufälle, die zusammenspielen, die ich nicht beeinflussen kann. Und darum wäre es ... Ich wäre am falschen Ort, wenn es mich möglich wäre. Buongiorno. An Enrico, der Hütte-Chef der Sektion, kam für den Saisonabschluss auf. Oli und Enrico haben seit vielen Jahren ein besonderes Hüttenwart-System eingeführt. Ein Turnussystem mit Freiwilligen. Morgen. Willst du auch Kaffee? Gerne. So wie Guido und Tatjana kommen alle zwei Wochen jeweils zwei andere. Ich möchte auch einen Kaffee. Zwei Kaffee? Voll oder wie? Halb. Halb? So viel habe ich gar nicht mehr. Passt. Als Dankeschön an Uli und Enrico haben sie extra einen Zopf gewachen. Für heute ist ihr letzter Arbeitstag. Den darfst du aufschneiden, Uli. Ja. Deutsch weisst du ... ... Stücke oder Deutsch. Wie du es gerne isst. Nein, Strand, Sonne. Nebel. Alles. Ich hatte eine Woche lang hier vorne eine graue Wand. Eine Woche. Für DUS machen die anderen Helfer die Hütten Winterfest. Das ist gut. Auch der Sektionspräsident Hans-Jürg Frey kommt vorbei. Die Hütenschlüssung ist immer etwas Besonderes. Zurückschauen, wie alles gelaufen ist und vorausschauen. Zur Diskussion steht auch das freiwillige System. Hier haben Uli und der Präsident unterschiedliche Meinungen, wie das funktionieren soll. Guten Abstieg. Ciao. Ciao. Dicke Luft beim Znuni. Jahrelang hat Uli das fast alleine gemanagt. Jetzt will der neue Prezi mitreden. Das Problem ist mit dem neuen Präsidenten gekommen. Er hat lange Briefe geschrieben, über Marketing, wie man das anschauen sollte. Erklärungen über das Management für Freiwillige usw. Es hat alles nichts genützt. Er ging nicht darauf ein, um zu schauen, dass wir immer etwas finden. Ich sehe Uli schon als ... ... Leader und Macher und weniger Teammensch. Ich habe Mühe, ihn in ein Team zu bringen. Das ist auch meine Aufgabe. Wir müssen so probieren, wir müssen einfach wissen, was er macht, damit wir ihn nicht immer verschrecken. Nicht einfach für Uli, die gewohnt ist, autonom zu handeln, unternehmerisch zu denken, aber vielleicht manchmal auch ein bisschen hineinzuschissen. Die Zusammenarbeit mit der Sektion ist jetzt gefragt. Wenn das jetzt nicht mehr geht, ist das für mich ... ... ja, der hat eben das System gewechselt. Und ich muss mich nicht so gross beschäftigen mit dem. Gratzi Wille, von Dich César, von Dich Entrum. Ciao. Ich habe das Präsidium auch übernommen, mit der Idee, dass man heute nichts machen muss, dass das einfach funktioniert. Dank Uli und Dank an Uli. Mein und das Komiteat auch. Das Ziel ist eindeutig, dass wir die Rüeli einbinden können und dass wir den Enrico einbinden können. Und jetzt müssen wir eine Lösung finden, damit wir das kommunizieren müssen. Ich wünsche mir, dass alles wieder gut kommt. Hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das mit den Freiwilligen liegt Uli noch gehörig auf dem Magen. In den Flumserbergen zeigt sich der Winter das erste Mal so richtig, schon im Spätherbst. Gäste hat es keine mehr. Der idealen Zeitpunkt für die Hüttenübergabe. Um die Reservationen zu holen, die drauf sind. Da gehst du Reservationen. Auf Anfrage hat sich Barbara Fischer gemeldet. Eine Hüttenwartin mit viel Erfahrung. Aber nicht auf so einer modernen Hütte. Du siehst, jetzt ist die Hütte 16. Sonders modern ist das Reservationssystem, das Paul entwickelt hat. Ich finde es cool, wenn die Leute selber reservieren können. Sie sehen es einem voraus. Da kann ich nicht, das ist schon besetzt. Das ist eine Gäbeung. Und nimmt er extrem armen Tappel. Ja, extrem. Wir hatten jetzt etwa 4'000 Gäste dieses Jahr. D.h. sicher etwa 1'000 oder 1'500 Buchungen. Wenn man das jedes Mal hätte, von Hand eintragen oder die Telefon abnehmen musste, dann kann man jemanden darstellen, wenn er nur Buchungen entgegennimmt. Wenn das Händchen kommt, ist es aktiv. Aha, Gott, er hat ein Händchen. Nein. Du hast es gesperrt. Sind wir fertig? Ja, fast. Das ist gut. Schauen wir uns an, wo wir gehen. So sieht es aus. Das Pilgerhaus, das sie übernehmen. Das war eine Vision von mir. Ich hatte aber immer das Gefühl, es war sehr schwer, dort hinzukommen. Ich habe noch nicht einen Schritt gemacht. Ich habe z.B. kein Svirtepatent gemacht oder mich konsequent dort hin vorbereitet. Ich habe einen anderen Weg genommen. Ich habe den Hüttenwahrtskurs gemacht, ich habe in einer Hütte gearbeitet, mich an der Berggastronomie angenähert und habe mit diesem Leben in der Hütte schon mal einen ersten Gipfel erreicht. Das ist für mich schon ein Traum. Ich finde es schön, dass sie den Ort so gerne hat. Dann finde ich es noch viel schöner, wenn ich sie in diesem Sinne unterstützen kann. Es kommt ja an mir zu gut. Es ist ja nicht nur ihr zu lieb, sondern ich finde, ich mache es für uns beide. Ganz wichtig für die Nachfolgerin ist, zu wissen, wie die Technik funktioniert. Wasser, Abwasser, elektrisch. Die Wasserverteilung der ganzen Hütte. Und unten kommt die Hauptleitung rein. Ja. Die Spitzmeilenhütte ist seit acht Jahren renoviert. Alles total modern. Ganz anders als auf der Hütte, in der Barbara Fischer vorher gearbeitet hat. Wir hatten kein Wasser im Winter. Wir mussten für alle Gäste, die wir hatten, Schnee schmelzen. Das war mit einem sehr grossen Kraftaufwand und Energieaufwand. Das war das verbunden. Ja, und den Strom mussten wir immer knapp runter. Wir hatten nur Solarenergie auf dem Dach. Wenn es ein bisschen geschneit hat, mussten wir es von den Solarzellen runter, weil der Schnee selbst nicht abgerutscht. Das ist auch wieder zeit- und kraftintensiv, einfach bei Sturm und Nebeln aufs Dach zu steigen. Und das ist natürlich Luxushütte. Schocki, gell? Ja, super. Ich freue mich. Zum Luxus gehört auch die Stromversorgung. Nein. Berührungsängste mit der Technik hat die Nachfolgere offenbar keine. Das ist genial. Für mich ist das sehr wichtig, dass wir jemanden haben, der eine Erfahrung hat und ein Verständnis für eine Technik in der Hütte. Denn im Winter ist die ganze Technik noch etwas ausgeklügelter. Man muss den Turbinen besser überwachen. Man muss eher schauen, wie steht es mit dem Strom. Man muss kontrollieren, wie warm die Rüme sind. Man muss nicht verschrecken, wenn sich da etwas verändert. Man muss wissen, wie man reagieren kann. Und das kann Barbara und von dort her ist sie ein Glücksfall. Genau. Kannst du hier einen Vollkanteig kaufen? Zusammen schauen Sie, welche Vorräte es noch hat und welche, dass man für den Winter noch einkaufen muss. Du musst ihn mit Salz waschen. Er ist unkompliziert. Ist es kein trockener Keller? Also, ich finde es relativ trocken. Es geht. Also, es kommt kein Spring? Nein, ganz selten. Lieber noch mal kein Fleisch, aber dafür frische Sachen. Und dann die Büchsen öffnen brauche ich nicht in der Küche. Das ist so. Die Übergabe erledigt. Noch ein paar Tage, und dann ist sie definitiv vorbei. SWISS TXT Auch auf der Glattalp ist der Winter gekommen. Die Saison für die Heute-Wartin und ihre Helfer geht in der Regel von Anfang Juni bis Ende Oktober. Aber wenn es schon früher schneit, dann nur so halt. Wenn wir noch die Taschen mit dem Fleisch nicht brauchen, wenn wir die Würstchen nicht brauchen. Wenigstens keinen Stress mit zusammenräumen und Einwinteren. Nein, hier sind wir gut drin. Und dann noch ein bisschen Salat und so. Das können wir schon tragen. Mhm. Da trägt er noch den Grill drauf. Rücksack ist schon leer, ja. Wir haben wirklich gedacht, es gäbe ein normales Wochenende. Aber jetzt hat uns der Schnee eigentlich überrascht. Es gab zwar nicht so viel Schnee, wenn er angesagt hatte, aber es ist natürlich jetzt alles weiss. Und unsere Gäste haben es jetzt alle abgesagt. Ja, und jetzt sind wir eigentlich im Plan, um alles ein bisschen fertig zu machen. Das ist gut. Das ist in der Küche, die wir etwas anfangen. Ich kann noch etwas schieben. Letztendlich habe ich mich voll geschnitten, weil es so scharf ist. Das Heute-Team auf der Glattalbüte ist klein und familiär. Nebenan, die fest angestellt ist, ist Erika die treuste Seele. Guten Morgen. Als gute Freundin kann sie jederzeit helfen, wenn man sie braucht. Guten Morgen. Es hat Schnee, hast du gesehen? Es hat voll Schnee, und es ist kalt. Auch gute Dienst hat diesen Sommer der neue Quad geleistet. Mit dem Voliden konnten sie das ganze Material zwischen Seilbahn und Hütte hin- und herkarren. Der Kriegel, der Freund von Franziska, bringt ihn ins Tal, auf dem Bauernhof des Gewerders. Wenn alles erledigt ist, geht es zum gemütlichsten Teil der heutigen Schliessung. Die Pizza belegst du eröffnet? Yeah! Der letzte Abend ist für alle die Reservierte, die das Jahr durchgeholfen haben. Der harte Kern. Schreibe jetzt an. Ja, sonst kommt eh niemand mehr nach. Irgendwann hatten wir die Idee, dass wir eine Abschlusspizza machen. Da kommt alles drauf, was wir noch vorhin haben, damit wir es auch noch aufgeräumt haben und nicht mehr ins Tal betragen wollen. Darum gibt es immer unsere Abschlusspizza. Ui, das ist noch schwer. Geht's? Yummy, yummy! Ich komme eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Ist dir gut? Viertelabsegel. Perfekt. Hey, das ist jetzt wieder her. Hey, Leute, kreuze die Waffen links und rechts. Hier, kreuzen. Und guten Tag! Woo! Die Ellenböckle dort schon. Wir sind froh, wir haben es geschafft, gut und tiptop. Aber wenn wir uns aus dem Hütchen zusammenhängen können, dann sind wir schon wehmütig. Oder sind wir nicht wehmütig? Ja, ein bisschen schon. Ich habe noch ein bisschen. Aber das ist schon. Wenn wir es jetzt so drei Wochen nennen könnten, wenn wir jetzt hier herhängen, hätten wir Freude, ja. Hey, saldi! Das nächste Jahr feiern dann die Franziska, das Zehnjährige. Wer weiss, wie das Abschlussfest wird, dann wird rauskommen. Ich bin froh. Ich bin froh. Hey, ich brauche. Hey, ich bin froh. Ich bin froh. Zurück auf die Capan Alzasca im Tessin. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ueli haben die Diskussion mit der Sektion auf die Stimmung geschlagen. Aber es schlägt ja kein Geissen weg. Es gibt Dinge, die Ueli nicht ohne die Absegnung des Vorstandes machen kann. Z.B. sein System mit den Freiwilligen. Ich sehe es immer als Ziel, diese Hütte zu erhalten. Denn es kostet, diese Hütte zu erhalten. Es kostet, dass dort wieder etwas kaputt geht, dort ist wieder etwas nicht gut. Jetzt vor der Lawine die Dusche kaputt. Das kostet. Das Geld muss zusammenkommen. Darum habe ich das System entwickelt. Das ist eigentlich das einzige System, das funktioniert, damit man die Hütte unterhalten kann, ohne dass man auf Spenden oder so angewiesen ist. Das Hütte-Wart-Team von etwa 30 x 2 Paaren, die ich hier habe, die machen das super. Die schauen gut zur Hütte, die Gäste gut bedienen. Also von daher funktioniert das alles tiptop. Das ist vielleicht auch auf das Verfahren, das ich hier eingeführt habe. Das ist ja, dass man sich halt leer kennt vorher. Sie machen mir etwas vor, und mit anderen Hütten wäre es zusammen, weil ich dort meistens ... ... weil sie es bei ihnen machen. Sie könnten so hier Hütten machen oder bei mir zu Hause. Aber so lernt man sich kennen. Und die Leute, die das machen, meinen es ernst. In diesen ... ... Jahrzehnten, kann man sagen, ich hatte nie Probleme mit irgendetwas. Es hat immer geklappt. Ich hoffe, es geht so weiter. Wenn es jahrelang gut gelaufen ist und alle immer gut gefunden haben, wird jetzt plötzlich hinterfragt. Aber die Zeiten ändern sich. Auch bei den SSC-Hütten. Ueli braucht für einen Moment seine Ruhe. Ich habe in diesen 25 Jahren so ein gutes Hütten-Team aufgebaut, die helfen, die Hütten vorwärts zu bringen. Und die sind wirklich alle gut. Und alle geben ihren Einsatz. Und da steht jetzt die Frage. Das ist das, was weh macht. In seinem Lieblingsort hier oben. Im Lago Altsasca geht dem Muli viel durch den Kopf. Gegenwärtig bin ich müde. Nicht vom Arbeiten. Einfach mehr vor der Stimmung. Aber das geht wieder vorbei. Jetzt hoffe ich auf eine schöne Wintersaison in der Basodino-Hütte. Gute Schneeverhältnisse, viele Leute. Jetzt schaue ich, wie das Gespräch geht. Dann entscheide ich. Ich kann mir vorstellen, den Hütten zu übernehmen in Deutschschweiz. Dann bin ich näher bei Frau, wäre schneller zu Hause, flexibler. Das kann mir auch vorstellen. Heute möchte ich noch bleiben, weil es gefällt mir. Aber jetzt geniessen ich noch den schönen Moment am Alsas-Gasee. SWR 2022 Spitz-Meilenhütte. Es ist Ende Oktober. Spitz-Meilenhütte. Es ist Ende Oktober. Ich glaube, es war das letzte Plättchen für diese Saison. Der letzte Arbeitstag auch für Sabrina, die Hüttenkirfin. Walty ist gerade auf dem Weg. Ah, ist er oben? Ich habe vorher gerade gesehen. Gut, dann fragen wir ihn noch, genau. Soll ich jetzt in jedem Moment? Genau. Ah, sehr gut. Gut, hast du das noch gesehen? Ich habe noch ein Wienerchen. Ja, genau. Hallo. Ja, grüß dich, Walty. Hallo. Ja, grüß dich, Walty. Hallo. Ich sehe jetzt noch die Frau dran, das weisst du nicht. Nein, nein. Walty ist von der SAC-Sektion Pizzol. Der gehört ja heute. Er ist im Prinzip der Chef für Anna-Barbera und Paul. Mehr bringe ich hier nicht mehr hin. Noch einiges. Sabrina, hoi. Walty, hoi. Jetzt kommt der Hau dran. Nein. Hallo, Paul. Wie immer mit Bliemli. Wie immer mit Bliemli. Ja, aber gut, das wird Schnee. Ja, klar. Sehr schön. Schade, dass es geht, aber ich begreife es. Es ist auch ein Anfang mit der Willis behalten. Ich kann es nicht zurückheben. Wir haben es super gemacht. Dein Essen ist warm. Was möchtest du gerne trinken, Walty? Ein Schorli. Ein Schorli. Ja. Einen Essgift habe ich eigentlich. Ohne Glasteltrinz. Noch ein bisschen essen. Du musst. Da wirst du immer nur verwöhnt, da oben. Was soll es sein? Paul macht unterdessen schon mal das Transport-Bähnchen parat. Mit seinen wichtigsten Utensilien, die er an einen neuen Ort mitnimmt. Z.B. seine Werkzeugkisten. Und dann ist es Zeit zum Tschau sagen. Für Sabrina war es das erste Mal, als sie als Hüttenhilfin gearbeitet hat. So wie es aussieht, ist es auch nicht das letzte Mal. Anna-Barbara und Paul haben sich schon engagiert für ihr Spilgerhaus. Ich hatte so Freude, als sie mich fragten, ob ich eine bessere Chefe haben könnte. Ich habe mir das eigentlich immer gewünscht, im Gastro-Bereich zu arbeiten. Ein bisschen in der Höhe oben, das ist super. Tschüss miteinander. Tschüss. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Du warst schon fast gewesen. So schön. Das ist extra wegen dir, Sabrina. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss. Ja, gerne. Ja, und das passt. Danke. Und auf Wiedersehen. Vier Jahre lang haben sie die Gäste mit diesen Worten verabschiedet. Jetzt ist es definitiv vorbei. Oh mein Gott. Ich schließe dich. Musik So, Sturmfest. Top, fertig. Ups. Los geht's. Ja. Es ist jetzt gerade schon etwas Wehmut rum. Es ist noch so eine fantastische Stimmung. Es ist jetzt der letzte Sonntag. Aber wir gehen weiter. Es kommt das Nächste. Es kommt wieder eine spannende, herausfordernde Aufgabe an einem schönen Ort. Auch mit dir glaube ich, das freue ich mich. Genau. Und mich freut es, weiterzugehen. Und es freut mich auch, dass es so eine super Stimmung ist am Abend, mit diesem wunderbaren Abendrot, mit dem Moor aufgeht, und mich beflügelt es, weiterzugehen. Gehen wir vor allem. Ja. 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 Was bleibt es in den Erinnerungen an vier intensive, aber schöne Jahre auf der Spitzmeilenhütte? Hier oben haben sie den Grundstein gelegt für ihre gemeinsame Zukunft. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt, an einem neuen Ort. Aber mit dem gleichen Ziel. Gastgeber unter dem Himmel. Erinnerung auch an Ueli, der Hüttenwart mit 40 Jahren Managererfahrung, vielen Ideen, die macht und tut, organisiert und kalkuliert und am Schluss merkt, dass nicht immer alle so denken wie er. Ausser die Steinböcke. Die verstehen ihn vielleicht am besten. Erinnerung auch an schöne Momente auf der Glattalp mit der Vollgas-Hüttenwartin Franziska, die seit neun Jahren der Spagat schafft zwischen Hütten und Kindergarten. Und keine Sekunde daran denkt, dass das jemals ändern sollte. Drei Hütten, drei Geschichten. Das war es von SRF bei den Leuten. Heute Geschichten.